hier sind wir quasi fertig ich möchte doch aber auch hier noch mal gucken ob wir da hinkommen dann schon mal die Inseln abfahren vielleicht können wir dann ja auch mal coole Mats und kann man schon mal bessere Rüstung bauen und andere lustige Sachen ich kann mich mit Tavernenwirten unterhalten für Infos und Hinweise auf ein bisschen verwirrt so wie sieht das denn hier aus ach du scheiße ach du scheiße mal gehen da muss ich sogar hin ok wir fahren links rum ist das ein Grau Wolf ja ne wie ist das denn schwarz wir treffen gleich auf Landsegel ein holen gleich die besetzen Das ist mein Hoheitsgebiet hier. Ah, wie schön. Das ist Hammer. Ja, nicht, aber... Der Leuchtturm, der hat er von River Valley. Ah, der Bursche. Ach, Mann, ey. Hoch. Weg. Noch einer. Weg. Schwung, 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 schwung. Und kurz rot. Gut. Gah. Oh, das steht immer gut. Wir waren nicht! Ich bin aber getrunken. Da gebe ich ihm. Ach, gibt's hier nicht so eine Nahwahl? Ich brauche doch Nahwahl. Nö. Nö. Wahrscheinlich ist später auf. Was, wenn bedeutet das nicht? höher тел deutlich. oder offen. So, lass mit dem Reiter. Keine Angst. Wo waren wir denn so einen Wolfi? Wolfi-Wolf. Stimmt nicht, ne? Nichts mal den Leuten. Schnapp. 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 Ich muss eigentlich paar Lachen ein. Na gut. Wacht die Tür. Ja, ich tue dem nichts hier. Ich habe einen klaren Schuss! Wir verlieren uns nicht die Böcke! Wir verlieren uns! Ein klaren Schuss an uns! Du gehst hier zurück! Stopp'n! Ja! Ich mache hier eine Zangehörung! Huch! Ich bin hier! Such mal da hinten! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Du glaubst, wir können dich nicht mehr sehen? Wir sind hier! Ehhhhh 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 Auf, auf zum Schiff eine lange strecke kuckkuck ist mein Bruder Oh, da sehe ich doch schon mehr ein bisschen reichere. Ach, was ist das denn? Klippen voraus, Sir! Hef dem Wind nach! Alle unter Großsegel bergen! Geht! Pullt sie nieder! Raus aus dem Wind! Geht! Also alles Schlimme zu bewegen kann... Was war das? Äh, was kommt man da noch? Äh... So schnell... Geht! Ja! Ja! Wie... Das ist schon gar nicht... Das ist schon egal... Ja, 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 ja. ab durch den Hügel wieder auf und da haben wir schon das Kreiz, wo müssen wir hin? Na, öh, ist nicht da weg. Gucken wir uns noch die coole Hügelmalerei an. Dann sind wir fertig auf der Insel. Da rennt mir die Arme, das will ich schon nicht. Komisches Backerwild da. Schwingt euch weg, ihr Vögelhümer. Die Assassinen werden ja so viele Tempelkreuz bei mir finden, das ist auch schon ein bisschen verrät. Ne, 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 ne. Vollgas. Dann haben wir ja schon da auch. Natürlich kurz das hier abfahren. Da gibt es auch ein Grau Wolf, ein Schwarz, ein Hase wäre ja auch ganz nett. Oh Gott, da gibt's Hasen. Weil ich da zerst. Diese ist Schnellreise nicht verfügbar. Hochmänner, setzt die Bahn! Das ist Schnellreise nicht verfügbar. 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 Aber wir finden jetzt eine von der Böden und dann sind ein Schnellreise. Aber wir sind noch nicht verfügbar. Wir zerschelfen! Mars und Top-Segel bergen! Kapitän, nehmt das Steuer! Danke! Gebt mir etwas Fahrt! In die Wanten! Alle Segel reffen! Geht vor Anker! Oh, wie geht man jetzt? Ja! Ja! Oh, ein Fest! Hallo! Ach if� eine Stade! Es ist Рahm. Es ist der Zeit, deine Angler zu bauen! Bist du Wolf? Es ist ein Wunsch, ein Wunsch! Es ist ein Wunsch, ein Wunsch, ein Wunsch... Ja 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 Amm, 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 Hasis, kleine süße Hasis. Ein schönes Dörfchen hier auf dieser Insel. Ein schönes Dörfchen. 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 Fischer Köln Köln Tut mir leid der Schiff Fischer Volgas so ein Gebiet hier Geheimnis. Da, ist ja lächerlich. Können wir auch schnell mal versenken. Feuer! 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 Schlaf nah! Feuer! 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 Auf euer Zeichen, Captain! Feuer! 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 rausschlachten es ist die piste und in die Piste. Oh, die Niemann. Geben Sie auf den Einzelnen, Herr! Verstehens auf Tremmen! Geben Sie die Wunder-Roses! Geben Sie die Wunder-Roses, Geben Sie! Geben Sie die Wunder-Roses, Geben Sie! Geben Sie die Wunder-Rosen, Geben Sie! ja 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 Da kommen wir auch mal die Sensor. Gibt das überhaupt irgendwas? Weiß man nicht, ne? Boah, da kann es hin. Da kann man ja fast da rüber laufen. Und durch die Asker. Ein Eichhörnchen. Schwupp, 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 schwupp. Oh, eine Kiste. Oh. Ne? Vielleicht wieder. Na gut. Einfach auf. Ja. Ja, das ist schön. Das geht schneller. Da muss man laufen. Okay, dann den Weg machen. Diese Aussicht. Das ist noch nicht sehr selts. Sie hat einen Hasen. Vielleicht wirklich hin? Schwupp? Ich schau mal, ob das geht. Hm. Ich schau mal, ob das geht. Ich schau mal, ob das geht. Ich schau mal, ob das geht. Ein Kreisbrief. Wenn ich jetzt hier von hier aus schwimmen wollen würde... Das ist das Wasser am Arm. Oh! Vielen Dank! oh Da oben, wir brauchen aber erst mal das Aussichtspunkt, wo ich das da bin. Ja, diese komischen Puffpuffs, die verstehe ich nicht. Die sind sehr wirkungslos. Die schmeißen auch immer in die Mitte. Das ist mein Fehler. Dieses Mal, das ist mein Fehler. Außer von Blut, dass er da plötzlich auf der anderen Seite hängt. Das ist mein Fehler. 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 Ich muss ja nicht schwimmen. Ich kann nicht schnell schwimmen. Was ist das? Oh, ich ziehe es mal wieder. Noch ein, zwei, zwei. Da. so ja ist immer wieder Oh, das ist die Maschine los. Aber da. Blööönt an. Ah, Lara Croft jetzt an. Aha. Wo kann ich von hier jetzt eigentlich? Ein Schiff. Ist ja leider etwas weiter weg. Schnell reisen. Warum nicht? Ich bin echt zu weit vom Schiff weg. Oh Gott. Und wenn ich mich hier hinten nicht in Reisen will, ich bin auch nicht verfügbar. Das ist ehrlich. Oh shit. Oh shit. Noch ne Höhenbrot. Doch. Warum nicht alles wieder zippeln? Was ist denn dieses... Schnellesystem? Was ist denn hier nicht so viel krass? Warum kann hier sein Schiff nicht rufen? Ich ruf auf diese Ebene. Was ist das? Da war ein Bild. Da stand ein Bild. Was ist denn da? Ich finde das ist ein Bild. Da hinten ist der Schiff. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020